Mein Name ist Michael Jetter, ich bin von der Universität Stuttgart, Fakultät Physik, Institut für Halbleiter, Optik und Funktionelle Grenzflächen und in der Lehre mache ich die großen Exportverlesungen für die Ingenieurwissenschaften. Im Erstsemester für die Ingenieurwissenschaften haben wir typischerweise immer sehr viele Studierende. Bei uns an der Universität Stuttgart sind es ungefähr 1500, die im Wintersemester anfangen. Die kommen direkt von der Schule, das heißt sie sind gewohnt eigentlich, dass sie mit dem Lehrer kommunizieren können in einer Art und Weise. Wenn man jetzt ein Hörsaal mit 900 Studierenden voll hat, ist diese Kommunikation in keinster Weise gewährleistet, dass man trotzdem die Studierenden dann mit einbeziehen kann. Dafür ist so ein Live-Voting-Tool genau die richtige Maßnahme. Des Weiteren habe ich als Dozent natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, wie gut kommt meine Vorlesung an, das als Lernerfolgskontrolle sozusagen mitzunutzen. In meinem Ilias-Kurs für die Experimentalphysik habe ich eine spezielle Unterabteilung mit diesen Umfragen. Da lege ich ein Fragenpool an schon zu verschiedenen Themen und wenn ich diese Themen in der Vorlesung erreiche, rufe ich direkt live diesen Kurs auf mit den Umfragen und kann dann die entsprechenden Umfragen stellen. Die Live-Integration in meiner Veranstaltung läuft auf drei unterschiedlichen Varianten. Zum einen zum Abfragen von Vorwissen. Das heißt, bevor wir ein Thema direkt behandeln, stelle ich eine einfache Frage, die schon mal so ein bisschen das physikalische Gespür des Auditoriums so ein wenig abfragt, um zu sehen, was ist denn schon da, wo kann ich den aufbauen. Die zweite Version, die ich verwende, ist nach der Behandlung eines Themas. Da wird dann eine konkrete Frage, die schon etwas schwieriger und etwas spezieller ist, quasi behandelt, wo man sich mal anschaut, was sagen denn die Studierenden da dazu. Und in der Experimentalphysik machen wir auch Live-Experimente und da bietet sich natürlich eine dritte Variante ganz exzellent an. Man kann, bevor man das Experiment durchführt, eine Live-Voting-Frage speziell zum Ausgang von diesem Experiment stellen. Das dient auch wieder dazu, das Wissen sozusagen zu aktivieren der Studierenden und dann kann man nach der Durchführung des Experiments sofort das Ergebnis sehen und kann dieses Ergebnis auch nochmal besprechen mit den Studierenden. Also meine Erfahrungen mit dem Live-Voting sind eigentlich durchweg sehr gut. Man muss sich im Klaren sein, dass wenn man Live-Voting einsetzt, dass man die Struktur seiner Vorlesung ein bisschen umstellt, dass man mehr Zeit einplant, also nicht nur zum Stellen der Fragen, sondern man muss den Studierenden ja auch die Antwortmöglichkeit geben, die Möglichkeit für die Antwort geben. Man kann dieses Live-Voting-Tool ja auch sehr gut für eine Peer-Group-Methode nutzen, dass die untereinander sich austauschen. Das heißt, man kann die gleiche Frage zum Beispiel zweimal stellen, indem man einmal sozusagen den einzelnen Studierenden bittet um ein Voting und dann die Möglichkeit der Diskussion gibt, um dann nochmal ein Voting durchzuführen und man dann sieht, wie das Ergebnis sich ändert insgesamt. Das ist sehr, sehr durch, sehr, sehr positiv, durchweg positiv. Es gibt nur so ein paar kleinere technische Problemchen, mit denen man als Dozent am Anfang sich so ein bisschen rumschlägt, aber die sind alle problemlos handelbar. Ich habe ein deutliches Gefühl, dass für die Studierenden Mehrwert mit dem Live-Voting erreicht wird. Zum einen aktiviert man die Studierenden, auch wie gesagt in einer großen Gruppe aktiviert man die Studierenden. Das Ganze funktioniert aber auch ganz hervorragend in einer kleinen Gruppe, weil man hat ja immer Studierende drin sitzen, die versuchen, der Vorleistung zu folgen, vielleicht nicht ganz folgen können und dann sozusagen die Scheu haben, sich trotzdem bei einer Frage irgendwie zu melden, weil sie nicht wissen, ob sie was Falsches sagen. Und da bietet das Live-Voting-Tool natürlich eine ganz exzellente Möglichkeit an, dass wirklich jeder sich beteiligen kann. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, dieses Diskutieren untereinander, wenn man das Live-Voting da dafür einsetzt, ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Mehrwert für die Studierenden selber, weil sie erkennen, gerade in den frühen Semestern, wie wichtig es ist, sich mit anderen Studierenden auszutauschen, um einen Lernerfolg zu bekommen. Wir haben auch Umfragen bei uns über die Veranstaltung durchgeführt und da haben wir durchweg positives Feedback bekommen für dieses Live-Voting. Es geht sogar so weit, dass wenn ich mal in einer Vorlesung kein Live-Voting eingesetzt habe, dass die Studierenden danach gekommen sind und gefragt haben, wann es denn wieder ein Live-Voting gibt. Also die drängen sozusagen richtig drauf, dass sie beteiligt werden an der Vorlesung über dieses Live-Voting. Ich finde das Live-Voting-Tool innerhalb von ILEAS eine sehr schöne Methode, das wirklich einzusetzen, weil es dient mehreren Zwecken in dieser Vorlesung. Zum einen kann man als Dozent das als Lernkontrolle verwenden. Zum anderen Dienst zur Aktivierung der Studierenden, dass sie sich aktiv beteiligen an der Vorlesung, auch in großen Gruppen. Und wenn man das dementsprechend einsetzt, kann man auch die Studierenden untereinander aktivieren, dass sie eben diese Interaktion suchen, um Probleme gemeinsam bewältigen zu können. Also durchweg habe ich einen positiven Eindruck von diesem Tool. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.